Musik Gut 150 Mal am Tag schauen wir auf unser Smartphone. Die letzten Statusmeldungen auf Facebook, WhatsApp-Nachrichten und Eilmeldungen aus aller Welt sind wichtiger als alles andere. Man hat das Gefühl, leere Momente füllen zu müssen. Dabei sind gerade diese angeblichen Lücken die Zeit, die uns am Ende des Tages fehlen. Wie wäre es dann mal mit diesen 15 alltäglichen Dingen, die man tun kann, anstatt aufs Handy zu schauen? Ein entspanntes Bad nehmen. Eine Wunschliste erstellen. Eine Maske drauf machen. Den Schrank aufräumen. Einfach mal kreativ sein und etwas malen. Neue Schminktrends ausprobieren. Sport machen. Bei einer Traumreise entspannen. Ein Buch lesen. Musik hören und einfach nur abdancen. Die Nägel lackieren. Persönliche Nachrichten per Post verschicken. Den Schminktisch aufräumen. Musik Filme ungestört gucken. Ein Instrument lernen. Klar, Smartphones sind natürlich eine tolle Erfindung und ein Leben ohne ist nicht mehr vorstellbar. Aber manchmal sollte man es einfach... Ausschalten!